Ne, das ist Dauer, wir haben einen Typen, das ist er. Bist ihr sicher? Okay. Ja, safe. Ich frag ihn erstmal, ich taste ab. Da muss nichts gefragt werden. Ich taste ihn trotzdem mal ab. Was? 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 Hallo und herzlich willkommen, Leute. Heute spielen wir Police Super Officer Simulator. Wir sind Polizisten, wir gehen auf Streife und wenn es da nicht klappt, gehen wir auf den Strich. Hallo, bitte. Hallo. Hallo, wie seht ihr? Hallo. Wie immer beim Schichtbeginn machen wir natürlich hier. Ich hab nur Wasser. Ja, das ist weil ich dein Vorgesetzter bin, nur die Vorgesetzten können sowas. Dasselbe Streifen wie ich. Ich hab hier schon zahlreiche Fälle erfolgreich gelöst und ich werde dich hier jetzt ein bisschen einarbeiten. Nein! Nein! Du musst hier raus, hilf! Nein, nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich springe über den. Hier ist eine unsichtbare Wand. Wie ist dein Name eigentlich? Mein Name ist Phil Jones. Ich bin Phil Jones. Ich bin Phil Jones. Ich bin Phil Jones. Ich bin Phil Jones. Das klären wir gleich, wenn ich hier rauskomme. Warum bildst du an meinem PC? Ja, ich muss das hier noch alles einrichten für dich. Äh, was möchtest du machen? Verkehrsdienst, Verkehrskontrolle oder Verdächtiger identifiziert? Irgendwas mit Knarren! Verdächtige mit Schusswaffen terrorisieren Bürger. Okay, komm. Hallo? Kriegen wir jetzt Waffen? Glaub ja. Geil. Ich bekomme natürlich die verbesserte Ausrüstung. Und wir müssen cool laufen. Der epische Gang zur Kaffeemaschine. Hallo, Kaffee. Hände hoch. Polizei. Sie sind festgenommen, da sie illegale Flüssigkeiten verkaufen, die abhängig machen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, wird dufix gegen sie verwenden. Gut, haben wir dem Kaffee das gezeigt? Jetzt können wir echte Menschen ansprechen. Geh du schon mal, ich habe hier noch was zu erledigen. Oh, sorry, tut mir leid, tut mir leid. Ich dachte, ich war allein hier. Bro, hast du das gehört? Wie hat jemand geschrien? Sie sind festgenommen. Illegale Flüssigkeiten. Ich bin der Kossier, wobei der Schaffer zieht. Guck mal, das ist Jeremy. Der muss den ganzen Tag mal nicht rein. Der wird vom Chef noch kontrolliert. Warte, jetzt langs aber. Hände hoch. Mein Vater, falls meine Verhaltenspunkte verloren, wurde unehrenhaft entlassen. Nein zu Drogen. Warum stehe ich so? Vielleicht bin ich mehr Kasten als du, Alter. Ich bin mehr Kasten als du, ey. Ich wurde voll verhaftet, Mann. Ich habe die Trinidad. Wie läufst du? Wie läufst du? Oh, ich habe einen Krankenwagen gerufen. Ich will den Abstabdienst für Krankenwagen. Hallo, Albert. Freibier. Oh mein Gott, Eilmission. Schnell. Okay, sind wir die Police? Kam, steig ein. Okay, danke schön. Los. Wie mache ich die Rähne an, Alter? Ja, drück mal ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht mehr. Fuck, ich blinke die ganze Zeit nur. Links. Sie machen das sehr gut. Danke. An Ihrem ersten Arbeitstag. Yeah, wir sind die Besten. Auch schön. Chef. Polizei ist da. Chef ist da. Kommst du nicht raus, oder was? Nee. Ja, die Sirene kommt ein bisschen verspätet, aber besser später als nie. Okay, was passiert? Ich habe mich selber verhaftet. Haha, tada, doch nicht. Ich befrag mal die hier. Ich habe sie was gefragt. Information prüfen. Also, Duffix, was denkst du, ist hier passiert? Also, ich glaube, der lila Typ hat das Taxi überfallen. Ich taste die mal erstmal ab. Sie sind festgenommen. Scheiße, Duffix. Los, fahr. Ich fahr ja schon. Aus dem Weg. Polizei. Sie machen das sehr gut. Das Schild ist in mich reingefahren. Nimm mich fest. Aber jetzt müssen wir in dem Bereich. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Drogendealer suchen, ja. Ah, raus. Ich lasse das Auto hier stehen. Okay, ich habe die jetzt. Jetzt taste ich sie ab. Guck mal. Ich taste mich selber ab. Brieftasche mit Reißverschluss. Okay, Papiertaschentücher. Kann ich gehen, Alter. Vorne, dass mein Partner da ist. Hast du gesehen? Ich habe es ja voll gezeigt, Mann. Ja, das ist so. Brennendes Fahrzeug. Was? Alter, brennendes Fahrzeug. Dann musst du ins Auto. Okay, ich habe bei dem Kinokarten geklaut. Okay, geil. Da haben wir was zu machen. Wir haben später Feierabend. Graf ist da. Drift. Oh, Mann. Er hat den Atem verschlagen. Was ist hier los? Einmal an Zentrale. Wir sind angekommen. Wir klären jetzt ein paar Pitches. Hey, na? Hat da jemand an den Schrank gerufen? Polizei ist da. Oh, Mann. Guck mal. Duffig. Schon mal Krankenwagen. Ich glaube, wir müssen einen Strafzettel ausfüllen. Das ist ein Taxipark. Das ist nicht anders. Darf nicht einfach hier liegen. Hey. Okay. Du hast dich zu bewegen. Der Spaß. Abschleppwagen rufen. Barbecue-Time. Der Grill ist noch an. Holt die Marshmallows raus. Warte. Ich zeige dir jetzt, wie man Hinweise findet. Du musst die Leute halt befragen. Oh, die holen den ab. Guck. Oh, ich will auch. Ich will auch. Bring drauf. Ausgewicht. Ich schreibe Strafzettel, weil er zu schnell fährt. Was? Da war eine Frau, die hat einen Molotow geworfen. Mit braunem Jacket. Hat nicht sie eine braune Jacke? Oh, du hast sie gefunden. Abtasten. Pillen, Zigaretten, Schachtel, kleines Parfümfläschchen. Sofort dein Ausweis. Also wir müssen jetzt hier in diesem Gebiet Verbrecher suchen. Ich schnapp sie vor dir. Wenn ich gewinne, gibst du mir einen Döner aus. Und wenn ich gewinne, nimmst du mich ins Kino mit. Gehen sie rein. Oh, da rennt jemand weg. Eine Frau im braunen Kleid. Ich habe mit dem Taser ein paar Leute gezeigt. Kann gut sein, dass die jetzt wegrennen, weil die Angst haben und so. Abtasten. Hände hoch. Dicker. Ich tasse sie noch ab. Sie hat einen Crack5 von Großstüte mit Amphetamin. Nimm sie fest. Bei mir ist verbuggt. Ich kann mich nicht bewegen. Was? Das ist, weil ich in dein Ding bin, weil ich was gefunden habe. Und die liegt jetzt auf dem Boden. Nein. Dein Partner wurde verhaftet. Du hast nicht auf mich geschossen. Weißt du, was gerade passiert ist? Ich habe auf sie geschossen und das Spiel dachte, sie steht noch da. Ja. Gott, der gibt nur wieder Scheiße raus heute, Alter. Wir kriegen echt immer die gleiche Karte. Kino Zeit. Nice. Hast du mal ein Gemächt gesehen? Ich fahre. Erster. Was ist denn heute in der Stadt los? Wir sind weg, Alter. Oh, shit. Ich bleibe einfach hier, oder was? Ja, wir müssen jetzt wieder Leute kontrollieren, Alter. Scheiß Chef, ich hasse den. Boah, das ist Jeremy's Van. Erstmal Strafzettel ausfallen. Das Hauptschleppen. Jeremy schläft hinten gerade. Hier, der. Hallo, ich bin ein Clown. Ich kann mich selber festnehmen. Doch, nee. Ende hoch. Was ist das denn? Digga, Alter. Hä? Was machst du? Schnell weg. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Das will ich auch hoffen. Nee, das ist Dauer. Wir haben einen Typen. Das ist er. Bist ihr sicher? Okay. Ja, safe. Ich frage ihn erst mal. Ich taste ab. Da muss nichts gefragt werden. Ich taste ihn trotzdem mal ab. Was? Was? Bleiben Sie ruhig lieben. Ich taste sie schon ab. Liegen bleiben. Digga, Marjohana, Schnappmesser, Marjohana-Tüte, Marjohana-Zigaretten, Krankenwagen. Wer sagt, wer sagt, der hat eine Überdosis. Habe ich dich erwischt? Guck, das wird passieren. Das passiert gleich mit dir. Hör dich. Guck mal, das wird mit dir passieren. Wir haben ihn. Ah, hier. Guck, in dem sein Reifen drehen sich immer noch. Boah, die sieht aus, als wäre es auf Drogen. Damn. Nee. Ich nehme aber ihre Kreditkarte. Die ist Silber. Da vorne ist noch eine mit schwarzem Rock. Keine Bewegung. Er läuft weg. Dann ziel auf ihn. Ziel auf ihn mit der Waffe einfach. Dann bleibt er stehen. Faften. Und let's go. Weiter wird gerannt. Oh Mann. Cardio haut rein. Sehr wichtig, wenn man Polizist ist. Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Er sagt, er hat nichts, aber ich durchsuche ihn. Der hat grauen Rock. Und ich hab ihn. Du kleinen Bitch, festnehmen. Aufse Dufix, weißt du, was er mir sagt? Was denn? Es gehört ihm nicht. Das sagen alle. Ich fass gerade eine an die Brüste. Sauber, machen Sie weiter. Ich renn weiter und lass den Typen da stehen in Handschellen. Au. Wenn die das jetzt nicht heisse, Alter. Oh, Marihuana dabei. Nice, festnehmen. Sie werden jetzt abgeholt, aber zuerst schmeiße ich sie noch über die Brücke. Okay? Ja, glaub ich. Ich hol schon mal das Auto. Ich sag auch noch, ob du mich findest. Okay. Schade. Jetzt können wir ganz in Ruhe. Ins Kino. Ja, Mann. Ja, Mann. Ins Kino. In drei Stunden. Wir fahren jetzt drei Stunden in die Zentrale. Unser Auftrag ist erledigt. Wir können jetzt noch drei Stunden irgendwo chillen. Das ist doch ein kleiner Job. Ich sage, wir haben keinen Bock. Ehrliche Arbeit muss man ehrlich sein. Eigentlich müssen die alle Platz machen, die Banausen. Kein Respekt vor der Bullerei. Ins Kino. Nein. 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 Wir haben gerade Schießerei mitgemacht. Das war saukrasse Arbeit gerade bei uns. Das ging hoch und runter. Ja, sowas erleben wir auch. Wir haben zu zweit alle haben 50 Männer niedergenommen. Oh mein Gott, diese Schießerei war unglaublich. Hart, ey. Weißt du noch, der Panzer, der dann kam? Oh, er weh nicht, den Panzer. Wie du drauf springst und ich unten dran zerreißen ihm die Drähte und du oben klopfst auf Tio. Geil, ey. Ja, Albert, ich würde sagen, das war doch ein schöner erster Tag. Sau gut, nächstes Mal werde ich befördert. Fünfmal. Und ich biete zehn. Hä, willst du mal meine Hand riechen? Damit habe ich Leute verhaftet. Meine Hand riechen, damit habe ich die Hand geschüttelt. Ich würde sagen, das nächste ist holen wir uns Waffen und verstechen den Chef. Ey, Waffenmeister, wir wollen einen Prank an unserem Boss noch machen zum Abschluss für Feierabend. Ja, machst du mit? Yo, Boss, durch die Türen geholt. Ey, Boss, Alter, was ist los, ey? Wir haben da so einen Fall. Hallo. Hallo. Eins, zwei, drei, go. Pranked. Ja, Leute, das war's dann. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen oben. Schaut auch bei Duffix vorbei. Und wer neu ist, darf gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Fall. Kapau. Bis zum nächsten Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.